Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter im ersten Unwetter. Gab es heute am späten Nachmittag vor ungefähr ein, zwei Stunden in Bayern und sie toben jetzt noch immer, jetzt vor allem über Niederbayern. Wir haben die herannahende Gewitterfront aufgenommen mit einem Zeitraffer und zwar aufgenommen in Garmisch-Partenkirchen. Blick Richtung Südwesten, hier befindet sich etwa die Zugspitze, ratsch und da sehen Sie, wie auf einmal die Wolken herankamen. Es ging in einem Wahnsinns Tempo, es gab eben auch Sturmböen mit diesen Gewittern. Dann schauen wir uns das Ganze vom Weltall aus an mit Hilfe der Wettersatelliten. Wir sehen hier zunächst diese vielen Wolken heute Morgen quer über Deutschland. Das war die Luftmassengrenze, schwülwarm im Süden und jetzt sehen wir, wie hier heute Nachmittag innerhalb kürzester Zeit diese großen Gewitterwolken regelrecht explodiert sind und nach oben geschossen sind, sich ausgebreitet haben. Das Gleiche sehen wir gleich noch einmal, nicht nur mit Satellitenbildern, sondern mit Regenradar und wenn dann die gelben Punkte kommen, auch mit den Blitzen, dann sehen Sie sehr gut die Gewitterentwicklung. Los ging es mit dem Regen in der Mitte Deutschlands, dann kamen diese stärkeren Schauer und hier diese gelben Punkte, das sind die Blitze. Jetzt aktuell steht diese Gewitterfront kurz vor Deckendorf und Passau, wo sie in den nächsten 10, 20, 30 Minuten ankommen wird. Die höchsten Regenmengen vor ein, zwei Stunden unter diesem Gewitter gemessen. Eisen-Westach 46 Liter, München-Neuhausen 45, Andex 33 und gerade in und um München herrschen ziemlich prekäre Verhältnisse. Viele Straßen sind gesperrt wegen Überflutung oder umgestürzter Bäume, auch bei der S-Bahn geht nur wenig. Schauen wir auf die weitere Entwicklung. Wir können ein bisschen durchatmen, der Wolken- und Niederschlagsfilm zeigt es, die abziehenden Gewitter und Schauer sehen wir hier. Danach hängen zwar noch ein paar Wolken in der Nacht und morgen erneut in der Mitte Deutschlands herum, aber dann morgen Nachmittag zunächst am Alpenrand kräftige Unwetter, am Abend dann erneut Regenschauer und Gewitter aus Südwesten. Konkret heißt das, heute Nacht, wie gerade schon gesehen, ziehen diese Schauer und Gewitter weiter in Richtung Tschechien und Polen, bleiben aber jetzt vor allem für Niederbayern im Bayerischen Wald aktiv. Morgen Vormittag dann Schauer und Gewitter in Richtung Sachsen, auch Brandenburg und bis hinein ins nördliche Hessen und südliche Niedersachsen. Im Norden recht schön und sonnig, auch im Süden vorübergehend mit Sonnenschein ganz freundlich. Dann kommt der Nachmittag, es geht dann oftmals mit Wolken-Sonne-Gemisch weiter, aber zum Abend Gewitter und Regenschauer, wie schon angedroht, hier im Südwesten und auch am Alpenrand. Die Temperaturen vor diesen Gewittern wird es hier noch einmal wirklich sehr schwül morgen mit Werten zwischen 27, 28, im Westen um rund 25 Grad. Am kühlsten unter diesen vielen Wolken in der Mitte, Berlin-Brandenburg nur 19 Grad, mit Sonnenschein im Norden auch bis zu angenehmen 24 Grad. Der Wind weht in der Nordhälfte aus östlichen Richtungen mit drei bis vier, wovor im Süden eher aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. Schauen wir auf die weiteren Aussichten. Die großen Gewitter sind dann wirklich erst mal vorbei. Es wird ab Freitag auch nicht mehr so schwül sein. Temperaturen leicht über 20 Grad, am ehesten dann im Nordwesten ein paar Regenschauer, Gewitter wahrscheinlich nicht. Und auch der Samstag am ehesten Richtung Nordseeküste, dort ein bisschen Regen. Ansonsten ist es freundlich und trocken, Temperaturen 21 bis 25 Grad. Morgen ist Sommeranfang. Wenn wir diese ganzen Wolken nicht hätten, könnten wir uns auf der Insel Sylt über mehr als 17 Stunden Sonnenschein freuen und ganz im Süden immerhin über 15 Stunden und 56 Minuten. Aber das ist die Theorie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.